Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Jogis Technik Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Heute möchte ich euch ein weiteres Video zum TP-Link Router Archer VR900V zeigen. Ich habe euch den Router vor kurzem schon ausführlich ausgepackt und an einen ISDN und auch IP-Anschluss angeschlossen. Diese beiden Videos sind hier auf jeden Fall nochmal verlinkt und in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure DECT-Schnurlos-Telefone an diesen Router anschließen könnt bzw. mit dem Router verbinden könnt. Die Telefonnummern eures Anschlusses im Router eintragt und die Telefoniegeräte, also in dem Fall die DECT-Telefone, diesen Rufnummern entsprechend zuweist. Bevor wir den eigentlichen Verbindungsvorgang mit den Schnurlos-Telefonen starten, logge ich mich jetzt hier nochmal eben in die Konfigurationsoberfläche des Routers ein. Die könnt ihr erreichen über die Browser-Adresse tplinkmodem.net oder alternativ über die Werkseinstellungsstandard-IP des Routers 192.168.1.1. Ich klicke mal auf Einloggen und gehe dann am besten direkt mal in die erweiterten Einstellungen. Da habe ich nämlich die bestmögliche Übersicht und anschließend links auf den Menüpunkt Voice-IP. Gefolgt vom unteren Menüpunkt hier ganz unten DECT könnt ihr sehen. Und hier stellen wir nämlich ganz genau erstmal sicher, dass die DECT-Funktionalität überhaupt eingeschaltet ist. Das ist der Fall. Ebenso können wir hier eine PIN-Nummer vergeben, die gleich benötigt wird, um unsere DECT-Geräte anzumelden. Die können wir meinetwegen standardmäßig auf 0000 lassen, wie das hier der Fall ist. Oder um die Sicherheit nochmal zusätzlich zu erhöhen, natürlich auch auf eine andere Zahlenkombination abändern. Die Einstellungen hier unten brauchen wir für die Einrichtung zumindest erstmal nicht. Die Verschlüsselung sollten wir in jedem Fall aktiviert lassen, es sei denn, wir haben Probleme mit älteren DECT-Telefonen. Und das hier sind einfach zwei verschiedene Energiespar-Modi. Die brauchen wir zur Einrichtung auch nicht. Wir wissen jetzt, DECT ist aktiviert, die PIN lautet 0000 und deshalb begeben wir uns jetzt mit unserem Schnurrlost-Telefon zu unserem Router, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Kommt mit! So, ich habe mich jetzt mal hier zu meinem provisorisch angeschlossenen TP-Link-Router begeben. Zwei DECT-Schnurrlost-Telefone legen für die Einrichtungs-Demo auch schon bereit. Wie ihr sehen könnt, ist der Router vollständig verkabelt. Hier geht der Internetanschluss rein, hier hängt mein PC dran am Netzwerkstecker und hier ganz außen geht der Stromeingang rein für den Router. Die Verkabelung, wie gesagt, habe ich euch in einem separaten Video gezeigt, das hier aber auf jeden Fall unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt ist. Betriebsbereitschaft können wir auch an den ganzen blau leuchtenden LEDs hier oben erkennen und hier auf der ganz rechten Seite sehen wir die Telefon-LED. Und was wir jetzt machen, ist hier auf der linken Seite des Routers mal diesen DECT-Taster zu drücken für einen kleinen Moment, bis hier oben diese kleine Telefon-LED anfängt zu blinken. Ganz genau jetzt. Und dann haben wir etwa eine Minute Zeit, wenn sie das tut, um in unserem Telefon, in unserem Schnurrlost-Telefon in das Menü reinzugehen. Das tue ich hier gerade mal. Das unterscheidet sich dann natürlich von Telefon zu Telefon. Ich gehe hier auf jeden Fall in die Einstellungen bei meinem Gigaset, gehe dann auf den Menüpunkt Anmeldung. Das ist häufig ähnlich, auch mit Anmeldung benannt und kann dann hier mein Mobilteil neu anmelden. Jetzt wird schon eine anmeldebereite Basis gesucht, also zum Beispiel der TP-Link-Router, der jetzt hier im Hintergrund immer noch fröhlich vor sich hin blinkt, wie ihr sehen könnt. Und ja, nach wenigen Sekunden sollte ich eigentlich zumindest die PIN-Abfrage bekommen. Ganz genau, hier soll ich jetzt die System-PIN eingeben. Die lautet ja 0000, wie ihr euch vielleicht erinnert, eben aus der Konfigurationsoberfläche des TP-Link-Routers. Dann sehen wir, Mobilteil wird angemeldet und Mobilteil ist angemeldet. Die DECT-LED sollte aufgehört haben zu blinken, ganz genau. Und über dieses Mobilteil können jetzt im Grunde genommen schon Telefongespräche geführt werden, wenn eure Telefonnummern im Router schon entsprechend eingerichtet sind. Das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch den Verbindungsvorgang nochmal eben anhand eines anderen Modells von Gigaset. Auch dazu nehmen wir uns wieder den Router her und drücken für einen kleinen Moment die DECT-Taste, bis hier oben die LED wieder anfängt zu blinken. Ganz genau so, das tut sie. Dann nehmen wir uns dieses Telefon zur Hand, gehen hier zum Beispiel in das Menü, schauen mal nach den Einstellungen. Genau, die sind hier. Und da sollten wir auch zum Beispiel wieder Mobilteileinstellungen finden. Genau, das sind diese. Und wahrscheinlich irgendwo den Menüpunkt Anmeldung. Ganz genau, da war er schon. MT anmelden, Mobilteil anmelden. Da gebe ich jetzt auch wieder den PIN ein, nämlich viermal die 0. Drücke auf OK, die Anmeldung läuft und sollte in wenigen Momenten abgeschlossen sein. MT angemeldet, Mobilteil angemeldet und die LED hier oben hat wieder aufgehört zu blinken. Das heißt, ich habe meine beiden DECT-Schnurlose-Telefone jetzt mit dem TP-Link-Router verbunden. Und wir loggen uns jetzt nochmal in die Web-Konfigurationsoberfläche ein, um die Telefone und auch die entsprechenden Rufnummern, die zu unserem Anschluss gehören, ein bisschen zu konfigurieren. Kommt mit. Um jetzt wie gesagt eure Telefonnummern in den Router einzutragen, eure Festnetzanschlüsse, geht ihr am besten auch über den Hauptreiter erweitert in die Kategorie Voice IP und dann in den Untermenüpunkt Telefonnummern, wie ich jetzt hier. Geht dann hier oben ganz einfach auf Hinzufügen. Das konntet ihr übrigens alles auch schon im Ersteinrichtungsassistenten dieses Routers erledigen, wie ich euch das auch in meinem entsprechenden Video gezeigt habe. Aber hier jetzt nochmal für die nachträgliche Einrichtung könnt ihr also euren Telefonanbieter auswählen. Da sind hier schon einige auch IP-Telefonieanbieter voreingetragen. Da passt sich dann entsprechend die Eingabemaske der Zugangsdaten an, je nach Provider, den ihr hier auswählt. Hier tragt ihr dann eure Vorwahl ein, eure Ortsvorwahl und hier hinten eure Telefonnummer, die ich euch jetzt natürlich unkenntlich mache, da ich meine Abonnenten zwar sehr wertschätze, aber trotzdem nicht möchte, dass die mich zu Hause anrufen. Und im Fall des Telekom-Anschlusses muss ich jetzt hier, ja, um zu bestätigen, dass ich wirklich der Anschlussinhaber bin, noch meine Telekom-E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort eintragen. Anschließend klicke ich auf OK und wir können nach einem kurzen, spannenden Wartemoment sehen, dass hier ein sehr beruhigender grüner Haken bei Status erscheint. Das heißt, diese Telefonnummer wurde korrekt erkannt und angenommen. Und da wir ja meistens mehrere Telefonnummern an einem Anschluss heutzutage haben, können wir direkt nochmal auf Hinzufügen gehen und auch unsere anderen Telefonnummern hier eintragen. Das wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel meine zweite Telefonnummer. Auch die wird kurz überprüft, könnt ihr hier vorne sehen und ist korrekt erkannt worden. Nachdem ihr alle Telefonnummern eingetragen habt, oft sind das ja drei Stück, bei mir sind es auch drei, ich trage jetzt aber erstmal nur zwei Stück hier ein, könnt ihr mal in den Untermenüpunkt Telefoniegeräte schauen. Und hier können wir den einzelnen angeschlossenen Telefoniegeräten, also zum Beispiel auch unseren DECT-Schnurlos-Telefon, das sind die sogenannten Handsets 1 und 2, denen können wir hier entsprechende Rufnummern zuweisen. Indem wir zum Beispiel beim Handset 1, also beim DECT-Telefon 1, das war das etwas modernere Gigaset gerade, mal hier rechts auf den Bearbeiten-Knopf drücken. Dann können wir das Gerät hier auch umbenennen, zum Beispiel in DECT-Telefon 1 oder was wir auch immer hier eintragen möchten, Telefon oben, Telefon Esszimmer. Wir können eine Telefonnummer auswählen, die für ausgehende Anrufe verwendet wird. Wenn wir wie gesagt mehrere Telefonnummern hier eingetragen haben, dann nehme ich jetzt zum Beispiel mal meine Hauptrufnummer. Und wir können auch auswählen, auf welche eingehenden Anrufe dieses Telefon, dieses DECT-Telefon reagieren soll. Also zum Beispiel sagen, dass dieses DECT-Schnurlos-Telefon nur klingeln soll, wenn auf der Haupttelefonnummer angerufen wird oder wenn auf beiden angerufen wird oder nur wenn auf der Zweitelefonnummer angerufen wird. Das kann man hier also alles beliebig anpassen. VAD-Unterstützung, bin ich etwas überfragt, was das ist. Und wir können hier sogar noch Lautsprecher und Mikrofoneinstellungen etwas optimieren. Falls wir da irgendwie Probleme haben, können wir das Mikrofon hier auch empfindlicher schalten und anschließend das Ganze mit OK bestätigen. Was wir auch auf jeden Fall tun sollten, nachdem wir unser Schnurlos-Telefon oder aber auch unser kabelgebundenes Telefon, das sind ja übrigens diese beiden hier, mit dem TP-Link-Router verbunden haben, ist uns das routerinterne Telefonbuch ein bisschen einzurichten. Ganz einfach aus dem Grund, da Namen von einkommenden Anrufern nur auf dem Telefondisplay angezeigt werden, wenn diese Nummern mit entsprechenden Namen hier in diesem Router-Telefonbuch hinterlegt sind. Da hilft es nichts, wenn diese Namen nur im Telefonbuch des DECT-Telefons zum Beispiel hinterlegt sind, dann wird die Nummer nicht mehr angezeigt. Die müssen wirklich hier im Router-Telefonbuch hinterlegt sein, mit Name, Telefonnummer und so weiter. So verhält das sich zumindest bei der Fritzbox, auch da werden die Namen von ankommenden Anrufen wirklich nur angezeigt, wenn sich diese Namen in dem Fritzbox-internen Telefonbuch befinden. Und deshalb nehme ich mal ganz stark an, dass sich das hier beim TP-Link-Router genauso verhält. Hier könnt ihr also euer Telefonbuch einpflegen und dann anschließend natürlich hier zum Beispiel unter Anrufregeln auch noch festlegen, beziehungsweise unter Anrufsperre ist es, dass ihr zum Beispiel zu einer bestimmten Tageszeit hier nicht gestört werden möchtet oder bestimmte spezifische Nummern blockieren möchtet, sowohl für eingehende als auch für ausgehende Anrufe. Und natürlich gibt es hier auch noch einige weitergehende Einstellungen, zum Beispiel zur Anrufweiterleitung, den Anrufprotokollen. Da wir noch keine geführt haben, tauchen hier auch noch keine auf. Aber das können wir gerne mal eben nachholen, indem ich euch hier das mal eben demonstriere und auf meinem Handy anrufe. Ja, ihr könnt sehen, das funktioniert. Ihr könnt es hören und jetzt in diesem Augenblick auch sehen. Ich habe eine Telefonieverbindung nach außen über mein DECT-Schnurlos-Telefon über den TP-Link-Router. Und während Telefonieaktivität läuft, das zeige ich euch nochmal gerade, ist natürlich hier oben die entsprechende LED wieder aktiv. Ja, ich würde sagen, mehr kann ich euch nicht zeigen zur Einrichtung von DECT-Schnurlos-Telefonen an eurem TP-Link VR900V Archer-Router. Das hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, wenn das mit eurem DECT-Telefon, wie gesagt, vielleicht nicht geklappt hat, ich habe euch das jetzt hier, wie gesagt, mit zwei Gigasets gezeigt, dann haut das einfach in die Kommentare rein und ich versuche euch nach bestem Wissen natürlich zu helfen. Natürlich könnt ihr euch auch versuchen, gegenseitig ein bisschen zu helfen. Aber ich würde sagen, von meiner Seite gibt es erstmal nicht mehr zu sagen zu diesem Thema. Wie gesagt, ich habe noch weitere Videos zu diesem schönen Modem-Router von TP-Link eingestellt, das Modell VR900V. Wenn ihr weitere Konfigurationstipps und Anleitungen sehen möchtet, dann schaut da gerne rein. Die Playlist ist unten verlinkt und ansonsten bleibt mir wirklich nicht mehr viel übrig, als mich bei euch zu bedanken. Für eure Zeit würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen positiven Daumen, na, hier muss der positive Daumen hin, auf dem Video da lasst oder vielleicht sogar ein Abo auf meinem Kanal. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann versorge ich euch immer mit weiteren interessanten Sachen. Danke für eure Zeit nochmal, ich bin raus, macht's gut vom Jogi285 und ciao, ciao!